Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Ach verdammt, einen Augenblick, bin gleich wieder da Und da bin ich wieder So Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Der Angel of the Agnes Es gibt heute Storytechnisch Und er telefoniert wieder Unser Kollege hier ist weg Na ja, spreche ich mich mal an Haben Sie, hat alles geklappt? Es ist ziemlich ruhig hier Schreien Sie nicht so Lassen Sie Ihre Spielchen Sie hatten recht, der Club wird überwacht Es wimmelt dort von Scharfschützen Das Monster war übrigens nicht da Sie haben es, ha! Einen Moment Wo finde ich Bouchard? Bouchard, ja, ähm Sie werden mich doch jetzt nicht enttäuschen Oder wollen Sie, dass ich ernsthaft böse werde? Nein, nur Es hat schon jemand nach ihm gefragt Gleich nachdem Sie weg waren Gefragt nach Bouchard? Ja, der Kunde, der in der Ecke Zeitung gelesen hat Ich konnte ihm natürlich nichts sagen Aber vielleicht hat er uns belauscht Sie sprechen ziemlich laut Es ist schwierig, nicht zuzuhören Hm? Okay, okay Ganz ruhig Sind wir im Geschäft? Nur wenn Sie sich benehmen Okay Bouchard versteckt sich Ich kenne jemanden, der Sie zu ihm bringen kann Und? Können Sie diesem jemanden vertrauen? Einigermaßen Sie heißt Francine Sie ist meine Ex Wie beruhigend Hier ist ihre Adresse Und der Code für das Tor Und sie führt mich zu Bouchard? Sind Sie sicher? Oh, absolut sicher Sie kennt einen geheimen Weg zu seinem Grundstück Geheim? Sie meinen vermutlich Gefährlich In Paris ist nichts ungefährlich Aber nur auf diesem Weg kommen Sie zu ihm Darf ich? Alles klar Sie erwartet Sie Ich hoffe, dass alles klappt, Pierre Sonst muss ich wiederkommen, um ein Problem aus dem Weg zu schaffen Okay, hatte ich ja nicht Äh, glaube ich ist mal wütend Naja Und warum kriege ich hier 60 Freemate? Ich habe da auch Dings eingestellt Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu dieser Frau Kavier Quatsch Zu seiner Ex Wir wissen nicht mal wie sie heißt Ich glaube das war hier Ja Den Code habe ich vergessen, verdammt Nein Abbrechen Abbrechen Wohl, weil die Abbrechen-Tasse Verdammt, ich weiß es nicht mehr Verstückt man sich? Enter So Den Code haben wir irgendwo aufgeschrieben Das müsste irgendwo hier sein Also wartet Jetzt könnt ihr euch Durchlesen Durchlesen Oder auch nicht Weil der muss zum Café Metro am Platz Der Karl Muss den El-Separate-Rodge finden Wo ist Bouchard jetzt? Sein Club ist geschlossen Muss Bernalat den Türsteher finden Muss mit Pierre sprechen Weil Herr Bouchards Barmann Kiste aus dem Club holen Sie ist im Kölb und Scheinwürfel Frenz 17 Wo Du 15 3 2 8 Wie bist du, du sagst Es liegt diskret Ich traue mich nicht aus dem Haus Draußen wartet das Monster Habe versucht Laura in London zu erreichen Keine Reaktion Sie hat mir Ägypten Immer noch nicht verziehen Gemälde Finsternis 5 Alchemie Schinische Gemälde Aus dem 15. Jahrhundert Die Lux Eritales haben sie versteckt 5 Stiche Der Finsternis 5 Stiche Der Finsternis Kopien Der Gemälde Führen die Stiche vielleicht zu Der Gemälde Matthias Versiel in Prag Hat mir 4 Stiche Der Finsternis geschickt Den 5. Stich Hält er zurück Er will mehr Geld Sehr nett Ich habe die Karte in 3 Stichen entschlüsselt Der Gemälde ist unter dem Louvre In der Nähe Ausgabe Kervir hat in ihrem Büro Einen Sicherheitsausweis für die Grabungsstätte Unter dem Gemälde sind Metallische Symbole versteckt Ich muss Kervir fragen Ob es im Louvre Runden Gerede gibt Lux Lux Eritales bedeutet übersetzlich Der Wahrheit Im 12. Jahrhundert Gegründeter Geheimorden Die Lux Eritales haben im 15. Jahrhundert Die Gemälde Der Finsternis versteckt Sie hat angeblich die 3 Olet-Splitter Artefakte der Macht Kristall-Splitter Waffen des Leaks Die Lux Eritales kämpfen seit dem 14. Jahrhundert gegen die Kabal Die Anhänger des dunklen Alchemisten Lux Eritales Verbindung zu den Nephilim Nephilim aus dem Psalm des in noch äh Verfluchte Abkömmliche der Engel und Menschen wohl in biblischen Zeiten vernichtet Es gibt eine Prophezeiung Durch den goldenen Löwen werden die Nephilim die Söhne der Menschheit verschlagen und die Welt unterwirken Unlogisch Verschläfer oder Copinum Nephilim Wörtlich Schlafkammer oder Kammer vermutlich der überlebende Nephilim wahrscheinlich in Anatolien Türkei vergraben Die Sanglüfe Ein alchemisches Erfakt geht auf den dunklen Alchemisten und wird beängstigt Die beiden fehlenden Symbole sind in der Nähe der zweiten Absperrung Ok 1,5,3,2,4 Ja Darf ich das ganze durchsteller? Ach Gott Nee 1,5,3,2,8 Nähe fast Nein Och Lava Jetzt kann ich die Tür nicht mehr öffnen Ich kann das 1 1 2 8 3 Schöner bleiben, wie viel mit den Fingern. Äh, nochmal. Oder. 1, 5, 3, 2, 8. 1, 5, 2, 3, 4. Hä, wirklich nicht, hä? Ich hab's gesehen, doch. Oh, komm, hier, so. 1, 5, 1, 5, 2, 3, 8. Geht doch. Hallo, wo war's? Wo war's hier? Hallo, hallo, hallo. Seine Ex, die kommt mir so bekannt vor. Ich weiß auch nicht warum. Bouchard ist in der alten Kirche. Suchen Sie das Mausoleum auf dem Friedhof. Von dort kommen Sie unter die Kirche. Ist das der beste Weg? Anders kommen Sie an dem Wachposten nicht vorbei. Und passen Sie auf, dass Sie nicht vom Sims fallen. Das ist Berufsrisiko. Willkommen in Paris. Aha, wo ist der Ausgang? Musstest du den Ausgang finden? Nein, musste ich nicht. Wisst ihr, was ich wieder vergessen habe? Ja, genau das. Das vergesse ich immer bei dieser schönen Grafik. Ja, dann können wir die Gespräche skippen. Wir sehen uns gleich wieder. Wo finde ich Bouchard? Bouchard, ja, ähm, Sie werden mich doch jetzt nicht enttäuschen. Belassen wir das Ball und zogen weiter. Nervige Karte. Ach, Quatsch. Ups. Ich habe gerade den Weggewerb wechselt. Die kann ich jetzt aber noch. Eins, fünf, drei, zwei, acht. Ja, fertig. Komm. Mach die Tür auf. Nehme ich auf? Ja. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe mein Mikrohäusch, nicht so doll und bla, bla, bla. Bouchard ist in der alten Kirche. Wie konnte er das mal überspringen? Suchen Sie das Mausoleum auf dem Friedhof. Von dort kommen Sie unter die Kirche. Okay. Ist das der beste Weg? Natürlich. Anders kommen Sie an dem Wachposten nicht vorbei. Und passen Sie auf, dass Sie nicht vom Sims fallen. Das ist Berufsrisiko. Willkommen in Paris. Irgendwo stimmt nicht mit den Gläsern oder Tellern oder was weiß ich. Habe ich gespeichert? Wenn nicht, dann ist es jetzt zu spät. Oder fast zu spät. Wie auch immer. Hoch da. Hoch da. Ach so. Das war eigentlich aus Spaß gedacht. Da bin ich noch nie längs gegangen, Leute. Okay. Diese kleine offene Welt bei Tumme. Da hilft mich ja immer. Okay. Wie dem auch sei. Ach so geht das. Die sind Hunde. Ich mag Hunde nicht. Deswegen werde ich versuchen, den Boden zu meiden. Das muss man nicht wundern. Diese Hunde sind sehr aggressiv. Tief. Oder der Hund. Da war Ziel. Ich finde es schade, dass hier kein Blut ist. Tut mir leid, Hund. Ich muss dich töten. Denn mir ist gerade eingefallen, hier gibt es noch ein Secret. MFBI oder auch nicht. Ach da. Doch nicht. Oh. Oh, Fail. Ich bin gerade etwas eingefallen. Der ist noch ein Hund. Aber das ist mir nicht eingefallen. Mir ist etwas anderes eingefallen. Das wäre über diesen Sim, über den Simsen, über den anderen Sim, der simpt, denn darum und dahin müssen. Zu diesen Engel. Jetzt habe ich das Secret auch gefunden. Es war in diesem Haus. Ich bin stärker. Das wollte ich nicht. Es gibt nicht. Ich wollte nur Munition einsammeln. Egal. Ich bin der Meinung. Ich bin stärker. Zweimal. Ne, geil. Desto stärker wir werden, desto besser eigentlich. Ah! Was für ein Glück muss... Böse Ratte. Und ich sollte nicht noch einen Schritt weiter nach hinten machen. Okay. Okay, gut. Da rein. Da rein. Okay, die Tür geht nicht auf. Irgendwas war mies. Genau, das war mies. Tja, ich habe das Auge dafür. Nur um mich zu sein, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich würde da gar nicht hinsehen. Da fehlt eine ganze Wette her. Eine Ratte. Die Ratten sind echt gefährlich. Wie dükt man sich? Ich würde doch... Ich würde doch... Ah, wird eins. Also ist 10er, dass er du eins. Eben, hallo Ratte. Ich mache dein Laden ein Ende. Ja. Verdammt, ich muss hier irgendwo wieder hoch. Natürlich kommst du hier irgendwo wieder hoch. Aber du musst einen anderen Weg finden. Das Ding auf. Ich bin verwirrt. Ich würde mich jetzt eigentlich da so längs hangeln. Aber wir können ja auch kraxeln. Natürlich füllen wir das jetzt erst jetzt ein, weil das ist da so unübersichtlich. Kleiner Vorsprung. Jetzt müssten wir es schaffen. Wenn nicht, ergibt alles keinen Sinn mehr. Geht doch. Speichern. Da. Da kann ich raufklettern. Nett. Das habe ich schon gesehen. Hä? Okay. 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 Ich dachte, der Ort war sicher. Aber ich habe mich geirrt. Und wie ich mich geirrt habe. Ratte, raus da. Nein. Bitte. Bring mich nicht um. Ich dachte, ich hatte dich jetzt nicht mal aufgenommen. Naja. Griechen wir durch den Tunnel. Und machen die Tür. Wenn ihr mich kurz einen Moment entschuldigt. Morgens ist meine Nase immer so verschumpft. Das war der falsche Weg. Wir müssen nach oben. Das ist der Weg. Okay. Okay. Ich habe irgendwas vergessen wahrscheinlich. Davon gehe ich jetzt aus. Dut, dut, dut. Achso. Mach. Bum. Achso. Ne, wir gehen lieber den normalen Weg. Werde ich die ganze Runde nur für... Ein Sohn. Licks. Oh ne, Wasserlevels unter Wasserlevels nicht, das ist unter Wasserlevels. Erik, bin ich nicht nass. Ich weiß es doch, dass du mal... Ach, Puscher. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Jetzt sollte man speichern. Dann sollen wir sterben. Dann hier dann ist... Bouschard. Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouschard? Mit Arndon? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Möglich. Einem Freund von mir ist etwas ähnliches passiert. Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Croy. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollte er hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor vier Wochen. Er wollte eine Horde japanische Touristen die Mona Lisa zeigen. Passen Sie auf, Puscher. Ich habe gestern einen Freund verloren. Jetzt halten Sie mich für die Mörderin. Vorhin kamen die Nachrichten ein Bericht über ein mordendes Monster. Was wissen Sie darüber? Nichts, was Sie interessieren würde. Oh, dieses Monster interessiert mich sogar sehr. Was ist mit meinem Freund, dem Louvre? Ach ja, der Akademiker. Er wollte sich im Louvre irgendwelche Ausgrabungen ansehen. Ich habe ihm einen Kontakt besorgt. Wollen Sie die Adresse? Ich will noch mehr. Eine 9 Millimeter? Ein Rucksack, Plastiksprengstoff und Betäubungsmittel. Paris ist in letzter Zeit nicht sicher. Für wen? Sie können offensichtlich auf sich selbst aufpassen. Haben Sie die Sachen für mich? Ich nicht. Aber versuchen Sie es bei Daniel Rennes. Er arbeitet draußen bei den Pfandleiern an der Ecke Rue Saint-Marc und Courlasen. Wir da. Was würden Sie vorschlagen? Ein Geschäft. Ich habe etwas für ihn. Pässe. Sie könnten ihm die Dinge in meinem Namen vorbeibringen. Hm, Pässe. Tschechische Pässe. Keine große Sache. So kommen Sie mit ihm ins Geschäft. Und dann gibt er mir, was ich brauche? Wenn der Preis stimmt. Die Pässe beweisen, dass ich sie geschickt habe. Was ist mit dem Mann draußen im Krankenzimmer passiert? Hat er auch ein Paket für Sie zugestellt? Der arme Arnaud. Einer meiner besten Männer. Er hat schon vier Angriffe überlebt. Angriffe? Von wem? Eine interessante Frage. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Vielleicht von diesem Pariser Monster. Wir gehen der Sache nach. Sie sollten aufpassen. Eine Automatik würde mir reichen. Sie haben von Coy einige Waffen verkauft. Ich brauche auch welche. Keine Chance. Wir brauchen alle unsere Waffen selbst. Ren ist ihr Mann. Sind wir im Geschäft? Okay. Abgemacht. Okay. Wir sind wohl nicht erschossen von ihm. Du setzt dich jetzt da hin. Ich haue hier ab. Falscher Ort. Ich habe eine Tür raus. Hallo. Jetzt gehen wir gleich zu diesem Remme. Remme. Ne. Ich will hier rüber. Ich will hier raus. Und dann will ich auch von zuletzt playen. Denn wenn ich hier drin... Bläh. Ich sag nur, das Spiel ist ein pures Labyrinth so. Ich sag nur, das Spiel ist ein pures Labyrinth so. Hm. Ah. Munizierung. Vielleicht hätte ich auch einfach nur diese Tür hüpfen. Oh Mann. Hey. Tut mir leid, dass ich Ihnen nichts habe. Wehe. Ich werde erkältet. Ich werde mich ärgern. Ach so. Da gab es einen Schalter. Den habe ich vergessen. Da ist der Ausgang. War jetzt hier links der Ausgang. Nein. Da war der Ausgang. Und wir können jump, 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 jump. Niemand kann uns stoppen. Niemand kann uns stoppen. Da oben müssen wir reden. Ich bin Loverkauf. Loverkauf. Es ist Musikbar. Ich verstehe. Ich verstehe. Komm. Noch ein Schritt. Verdammt. Ich habe noch einen Schritt. Das ist die Sache. Ich habe noch einen Schritt. Ich habe noch einen Schritt. Okay, das ist aber normal. Naja, wie ihr wollt. Ich probier das mal von hier aus. Ist doch mies. Ja, die sind ein paar Zentimeter. Schon wieder dran wäre das kein Problem gewesen eben. Ja, Teil. Das hat mir jetzt was gebracht. Waffe wechseln, sonst schieße ich den Keller noch. Und Treppe hoch. Ah ja. Da war ja was. Okay. Okay. Und dann spreche ich zu schnell. Okay Schwester, raus hier sofort. Wie wär's mit ner Wette? Was für ne Wette? Die beiden Kerle im Ring. Wie heißen sie? Hey Lady. Los jetzt, wie heißen sie? Okay, mach schon mal dein Testament. Der Kerl mit den Tattoos heißt Zack, der andere ist Carl. Warum nicht gleich so? Ich setze mein ganzes Geld gegen ihre Uhr. Wetten, dass ich die Kerle auf die Matte schicke. Hast du 200 Euro, Baby? Klar. Okay. Hey Zack, Carl. Die Lady hier wettet, dass sie euch auf die Matte schickt. Stopft ihr das Maul. Vorsicht. Sonst will ich auch noch ihr neckisches Goldkettchen kleiner. Treib's nicht auf die Spitze, Baby. Also gegen wen willst du dein Geld verlieren? Stimmt. Ähh. Wie wär's mit Zack? Wie wär's mit Zack? Hä? Wer ist Zack? Ich dachte, ich müsste im Ring sein. Bescheuert. Und ne Arme-Dur. Nett. Und ich weiß nicht, was das mir gebracht hat. Also ne Arme-Dur. Achso, das ist ein Schwamm. Das ist wie Geld. Wo ist die Tür? Ich finde sie nicht, er da. Auf nach... Wo sind wir? Okay. Auf nach... Anderem Ende der Stadt. Wir hören am besten vor dem Laden auf. Jetzt sieht er das im nächsten Part. Dieser Part ist ziemlich lang. Oh, ich bin wütend, ich habe schon neuer Uhr. Ich habe die ganze Nacht noch nicht geschlafen. Nein, Schatz. Ich habe die ganze Nacht noch nicht geschlafen. Aber wer ja, was. Okay, hier hören wir auf. Mein Name ist Jones, das ist nur Spieltipps. Das war Let's Play, Tomb Raider, der Angel of Darkness. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ciao.